Herr Präsident, guten Morgen. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Ich eröffne die Sitzung. Als erster Tagesordnungspunkt steht heute auf der Tagesordnung die Aussprache zur Lage der Union. Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident Barroso, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich heiße ebenso herzlich willkommen, Herr Außenminister Linkevicius. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, Sie zur letzten State of the Union-Erklärung des Präsidenten in dieser Legislaturperiode hier begrüßen zu dürfen. Die State of the Union-Debatte zwischen Kommission und Parlament ist sicher ein Schlüsselmoment im politischen Leben der Europäischen Union. Heute findet ein Gipfeltreffen hier in Straßburg statt, ein Gipfeltreffen der Gemeinschaftsinstitutionen. Wir beraten einmal im Jahr, sicher wie immer auch diesmal in heftiger Auseinandersetzung, den Fahrplan für die Europäische Union. Wir, die Gemeinschaftsinstitutionen, Parlament und Kommission, wir, die Gemeinschaftsinstitutionen, wir beraten transparent und öffentlich. Im Gegensatz zu anderen Organen, die nach Gipfeltreffen, zu Gipfeltreffen nach Brüssel reisen, sich manchmal selbst zur Europäischen Exekutive erklären, oft hinter verschlossenen Türen tagen, tagen wir öffentlich. Und ich glaube, das ist gut, dass die Debatte über die europäischen Angelegenheiten transparent bei offenen Türen und für alle Bürgerinnen und Bürger erkennbar ausgetragen werden. Die Menschen in Europa wollen wissen, wer entscheidet wo, auf welcher Grundlage, warum und mit welchen Argumenten. Und ich glaube, für unsere heutige Debatte muss eines gelten, der Vertrauensverlust von Menschen in die europäischen Institutionen ist gewaltig. Und deshalb gilt der Grundsatz, Transparenz schafft Vertrauen. Und diese Debatte ist eine transparente Debatte, von der ich hoffe, dass sie Vertrauen in die Funktionsweise und in die Funktionalität der europäischen Demokratie zurückbringt. Sehr geehrte Damen und Herren, die Kommission und das Parlament haben eine gemeinsame Leitlinie. Mit überwältigender Mehrheit in diesem Hause und sicher einstimmig in der Kommission ist die Gemeinschaftsmethode die Leitlinie des Handelns in der Europäischen Union. Die Gemeinschaftsmethode, das bedeutet, Konflikte durch Dialog und Konsens zu lösen. Anstelle des Rechts des Stärkeren die Solidarität und die Demokratie zu setzen, den Interessenausgleich zwischen kleinen und großen Staaten, zwischen Nord und Süd, Ost und West. Gemeinschaftsmethode, das bedeutet, das Wohl aller über die einzelnen Partikularinteressen zu setzen. Meine Damen und Herren, die Partikularinteressen, die Einzelinteressen, übrigens auch, dass Nationen und einzelne Staaten gegeneinander konkurrieren, ist das Gegenteil von der Gemeinschaftsmethode und es ist gefährlich. Deshalb, meine Damen und Herren, appelliere ich an die Mitglieder und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die Mitglieder des Europäischen Rates, insbesondere was die Umsetzung großer gemeinsamer Projekte angeht. Im Parlament wird mit Mehrheit entschieden. Wir haben eine lange Liste von Aufgaben, die deshalb nicht gelöst werden, weil im Rat Partikularinteressen herrschen und die Gesetzgebung blockieren. Das gilt insbesondere, meine Damen und Herren, für die Umsetzung der von uns gemeinschaftlich und mit breiter Mehrheit hier beschlossenen finanziellen Vorausschau. Deren Umsetzung in konkretes Recht ist extrem schwierig. Meine Damen und Herren, dieser Sommer war der erste Sommer in fünf Krisenjahren, der relativ ruhig verlaufen ist. Darüber haben wir uns alle gefreut. Es war nicht so, dass jede Woche eine andere Katastrophennachricht über die Ticker lief oder apokalyptische Beschwörungen einer Euro-Dämmerung uns alle verunsichert haben. Und es ist Ruhe an den Finanzmärkten eingekehrt. Das ist sicher eine gute Nachricht. Doch diese Ruhe darf uns nicht täuschen, auch in der heutigen Debatte nicht. Noch immer leiden Millionen Menschen unter den Folgen der Krise. Die Arbeitslosenzahlen sind nach wie vor horrend hoch. Die Armut ist dramatisch, die Wirtschaftsentwicklung schleppend, die Kreditklemme nach wie vor nicht behoben. Wir hier nehmen die Sorgen der Menschen sicher ernst. Und wir müssen bis zu den Europawahlen, glaube ich, die nicht gelösten Probleme auch engagiert, unmutig anpacken. Ich werde Ihnen morgen früh, ich glaube, das ist eine gute Nachricht, hier vor der Abstimmung vortragen können, dass zwischen uns und der Europäischen Zentralbank nach meinem Dafürhalten zur Bankenunion eine gute Lösung gefunden worden ist. Die Aufsicht und die parlamentarische Kontrolle über die Aufsichtstätigkeit der Zentralbank im Rahmen der Bankenunion ist auch ein Stück Transparenz, von dem ich eben geredet habe. Bürgerinnen und Bürger wollen wissen, was eine Zentralbank, wenn sie Aufsichtorgan ist, an Rechenschaft gegenüber dem Parlament zu geben hat. Die Jugendgarantie, meine Damen und Herren, muss umgesetzt werden. Das Schlimmste, was es in Europa gibt, ist die Jugendarbeitslosigkeit. Wenn wir jungen Menschen in Europa keine Perspektive geben, wie wollen wir erwarten, dass sie Vertrauen in die Europäische Union haben? Meine Damen und Herren, ich habe über die Schwierigkeiten mit dem mehrjährigen Finanzrahmen gesprochen. Ich erwarte von allen Organen, von der Kommission und vom Europäischen Rat, dass wir die finanzielle Vorausschau nutzen, um Wachstum in Europa zu schaffen, denn die finanzielle Vorausschau ist ein gezieltes Investitionsprogramm. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und das Wort hat jetzt der Präsident der Kommission, Herr Barroso. Applaus Vielen Dank.